So, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge Barsimulator mit mir Marc. Hallo, wir begeben uns jetzt auf einen Auftrag Containertransport, den nehmen wir jetzt an. Und ich habe selbst doch keine Ahnung, wo wir da Sorge eintreten könnten. Ich bin vom Kieswerk und transportiere die Lagerung in den Marketenbereich. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal zum Kieswerk. Das heißt, wir fahren ja auch mal ein bisschen und kommen und stehen uns nicht immer hier nach vorne, weil das können wir ja extra gut und rumstehen. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, machen wir jetzt ein paar Transportaufträge, dass wir mal ein bisschen Gefühl in den ganzen Scheiß kriegen. Ja, wie ihr seht, ich spiele auch mit Tasten durch. Ich hatte jetzt keine Lust, mein Lenkrad aufzubauen und alle Tastenbedingungen für jedes Fahrzeug zu machen. Das ist Rumpen aktuell einfach ein bisschen zu verzeiht. Deswegen habe ich gesagt, komm, ein bisschen mit Tastatur, das geht ja auch. So schlimm ist die in den Rumpen eigentlich, da kenne ich Schlimmere. Oh, ich muss hier rein. Ja. Passt doch, alles so pie, so muss das. So. Ja, Barsimulator, es kommt jetzt schon der 16 raus, aber der soll noch schlechter sein. Habe ich gehört. Deswegen, also die nächsten Spiele, die hauptsächlich bei so einem Kanal kommen werden, jetzt der Bausum sein und, ach, der Bausum, der, ja, das Ersatzprojekt, was aktuell noch läuft, das läuft auch noch. Dann kommt Firmusumulator und dann kommt L.S. Und wenn wir L.S. angeschnitten haben, da werden wir uns dann überlegen, welches, welches, wenn, wenn wir ein Projekt machen, was für ein Projekt machen. Kies, wer, die Kies, wer ist, ja. Ach, da vorne steht der Punkt. Hä? Was will ich mit dem? Was will ich mit dem Deckwunschung holen? Scheiße, jetzt habe ich Vergeten. Nee, kacke, ey. Scheiße, der hat ja gut funktioniert, würde ich mal sagen, oder? Mist. Echt geschliffen. Kann ja mal passieren. Oh, oh, ich will jetzt fallen, Späne. Ja, sonst so gibt es öfter nichts Neues, immer noch Scheißwetter. Hier fahrts auf eine Haare. Deswegen habe ich mir jetzt auch gerade überlegt, komm, mach es jetzt so an drei Formen oder so, oder vier, drei wahrscheinlich, die dann im Laufe der Kommen. Mal schauen, wie die Folgen so ankommen. Ich will den grünen. Da hat jemand nicht rausgefunden, wie man umsteigt. Ich will jetzt die Kamera wechseln. Ach, der Fiss aussteigen, geil. So, jetzt haben wir auf die Gehörung. Mal gucken, ob der Auftrag uns noch gehört. Achtung aufträgen. Von Kiesweg schließen. Änder als Escape. So, hier haben wir jetzt mal kurz eine Markierung gemacht. Jetzt schaffen wir, wir haben jetzt auch vielleicht den richtigen. Jetzt würde das hinterher funktionieren. Bin ja mal gespannt, ob das was wird oder ob das nichts wird. Und ab geht die los hier. So, jetzt haben wir den richtigen, jetzt können wir auffahren. 10 Kilometer. So, hab ich gemacht. Schön. Gibt's ja fürs Graschen. Wird nichts tun, Geld kriegen. So, auch das. Gut. Kommt jetzt ein Auto, wo ich die Eischkirche benutze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bedanke mich für's Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dann, ciao!